Willkommen zurück, eine neue Folge WoW Wrath of the Lich King Classic mit Phase 4, unseren 5 Spieler Instanzen auf dem Schwierigkeitsgrad Gamma HC Triple Plus. Und wie ihr schon am Bildschirm hier seht, befinden wir uns in Borg Utgard. Den werden wir heute spielen. Holt euch wieder euren Buff ab. Für die Tanks der Dornen Buff unerlässlich, also der verursacht so viel zusätzlichen Damage, AOE mäßig auch noch, dass ihr mit der Agro keine Probleme haben solltet. Man kann hier sämtliche Bosse in dieser Instanz auslassen und quasi ohne im Bosskampf direkt zum Endboss gehen. Aber wir wollen uns ja den Erfolg erstens holen, dass wir alle Bosse hier drin besiegt haben auf dem Schwierigkeitsgrad. Und zweitens gibt ja jeder Boss auch noch einen Geiselstein, den ihr für die rechts sehende Quest zum Beispiel nutzen könnt, um euch urtümliches Saronit für die Schattengramm-Quest zu kaufen. Oder wenn ihr Rezepte kaufen wollt, braucht ihr urtümliches Saronit. Ihr könnt es aber auch einfach so kaufen von den Geiselsteinen, um es ins AHA zu setzen und damit Geld zu verdienen. Natürlich gibt es für die Geiselsteine auch PDOK-Items, 2,45er Item Level dürfte das glaube ich sein, falls ihr da noch Bedarf habt oder eben ein Twink ausrüsten wollt mit diesen Sachen. Ich glaube ein paar sind nämlich sogar beim Anlegen gebunden. Das heißt, die dürften handelbar sein. Bin mir aber da nicht ganz sicher. Ja, hier Burg Utgard, der typische Frostbuff, den ihr schon aus den anderen Beta- und Alpha-Schwierigkeitsgraden kennt. Ansonsten keine Veränderung. Natürlich, wenn ihr hier viel zusammenzieht, kommt auch häufig der Frostbuff und dann müsst ihr euch natürlich auch viel bewegen, um nicht zu sterben. Das macht auch ordentlich Damage. Mit dem Gamma-Buff seht ihr allerdings auch, dass ihr hier ordentlich Schaden heraushaut. Also fünfstellige DPS-Zahlen sind hier dann keine Seltenheit mehr. Gerade wenn es ein paar mehr Gegner dann sind. So, wir kommen in die erste Halle beim Brennofen. Da geht es natürlich jetzt wieder diese Grüppchen erstmal weg zu hauen, um dann den Weg zum ersten Boss langsam zu ebnen. Und ihr seht auch schon im Schadensmeter, aufgrund des Tank-Buffs ähm, verursache ich gut 100% mehr Schaden als ohne diesen Buff. Ähm, was dann dazu führt, dass ich natürlich mit der Agro jetzt nahezu keine Probleme vorzuweisen habe. Also den sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Ich hatte auch die anderen Buffs ähm, schon mal getestet. Mehr oder weniger unfreiwillig. Und da merkt man deutlich, dass man Probleme mit der Agro bekommt, weil die eben nicht auf AOE, sondern auf Single Target mehr oder weniger ausgelegt sind. Und Single Target Agro ist beim DK Tank ja überhaupt kein Problem. Ähm, AOE Agro ist eher die Schwierigkeit. So, erster Brennofen ist abgeschlossen. Jetzt geht es in die nächste Halle. Das ist so ein bisschen diese, ja, die Scheune halt, ne? Wo die, ähm, Protodrachen eingelagert werden, ähm, kann man sagen. Die Mobs hier zwischen 200.000 und 400.000 Lebenspunkte. Wie gesagt, durch eure Buffs und, äh, Equip gehen die dann trotzdem relativ schnell down, auch wenn sie mehr und mehr Lebenspunkte haben mit jedem Schwierigkeitsgrad. Ähm, und je mehr ihr dann ICC-Gear bekommt, umso schneller geht es dann im Endeffekt. Äh, umso weniger, ja, ja, Fähigkeiten müsst ihr spielen, weil die Mobs halt einfach schneller sterben. Trotzdem immer rauslaufen bei diesen Eis, äh, Flächen, weil die stacken halt schon ziemlich krass hoch. Als Tank könnt ihr am Anfang ein bisschen stehen bleiben, um das auf einer Fläche zu stacken, damit ihr die Mobs nicht zu krass bewegen müsst. Gerade bei Mobs wie den Drachen, die eben den Atem nach vorn haben, kann das nämlich für eure DDS ziemlich unangenehm werden. Deswegen einfach mal in den Cooldown ziehen und das ein bisschen hochstacken und dann bei den letzten Stacks rauslaufen. So, jetzt geht's gleich in den ersten Bossraum rein. Und ihr seht, das Video wurde hier aufgenommen. Kurz bevor wir, ähm, kurz bevor wir, äh, in ICC überhaupt reingegangen sind, ihr seht, dass auch das Äschernde verdickt ist halt, äh, bei mir zu dem Zeitpunkt hier gerade wohlwollend. Das heißt, wir haben dann noch Rufruns gemacht und so weiter. Bei den ICC-Kills habt ihr dann schon gesehen, dass ich da in den meisten Fällen schon respektvoll beziehungsweise ehrfürchtig war. Das war hier am ersten Tag, als die Instanz aufgemacht hatte. Deswegen, ähm, hier noch, äh, ja, hier noch der geringere Ruf und dann natürlich auch dementsprechend das Equip. so, erster Boss, 1,27 Millionen Lebenspunkte, Prinz Kelessef, den werdet ihr dann im Blood Prince Council in ICC nochmal sehen. Da ist er noch ein ganzes Stück stärker als hier. Hier hat er nur sehr wenige Fähigkeiten und, ähm, die Fähigkeiten zwischen, äh, dem Kampf in ICC und, äh, den Kampf hier sind komplett anders. Ähm, an dieser blöden Karte bin ich hängen geblieben und konnte das Frostgrad nicht rausholen. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, dass ihr, ähm, sofort auf diese Frostgräber umschwenkt, weil die Spieler drinnen natürlich nichts machen können und auch noch Schaden bekommen. Jetzt kommen die Skelette gleich wieder. Die hier probieren einzusammeln, die fallen aber sehr schnell um, ne, mit ihren 14.000 Lebenspunkten. Da ist nicht viel, was die, äh, machen können. Trotzdem ist es ganz gut, wenn jeder mit drauf schießen würde. So, ähm, erster Boss down. Jetzt geht es in Richtung des Festungsinneren und zu den nächsten zwei Bossen. Diese Gruppen hier können sehr unangenehm sein, einfach nur aus dem Grund, weil es viele Gegner sind. Ihr habt hier quasi nur einen Hauptgegner, das ist immer dieser Aufseher, ähm, der ordentlich getankt werden muss. Die anderen Mobs sind mehr oder weniger Trash, der mit weggebombt wird. Aber da es halt eine höhere Anzahl an, äh, an Gegnern ist, ähm, hat man natürlich den Nachteil, dass man hier viel häufiger diesen Frost Debuff bekommt. So, jetzt habe ich auch den Aufseher endlich bekommen. Und ihr seht schon, wie die Gruppe einfach runterdroppt aufgrund von den Frost Debuffs. Also, normal, dieser Trash nicht nennenswert, aber mit diesem Frost Debuff wird er auf einmal gefährlich. Ja, der Aufseher hat gleich den Mage angecharged und den Frost Debuff gleich drauf. Der Mage war gestunnt. Durch das Unchargen konnte nicht raus. Es war eine unglückliche Kombination und dadurch ist er jetzt auch gestorben. Je nach Gier ist da natürlich auch nicht ganz so viel Leben vorhanden, gerade bei den Stoffträgern und da können solche Sachen schon mal zu einem One-Shot führen. So, jetzt bringen wir gleich die Spuke zusammen mit dem Aufseher. Ja, und das Randscharchen das kann schon richtig gefährlich sein, besonders wenn ihr dann gleichzeitig diesen Frost Debuff halt noch bekommt. So, hier immer mal schauen, ob die Padgrade von der Treppe runter kommt, ist nicht der Fall. Man kann es schaffen an dieser Gruppe hier vorbei zu laufen, das ist aber schwierig. Funktioniert nicht immer, deswegen am besten die Gruppe einfach mitmachen und dann ist man auf der sicheren Seite, dann hat man sie zumindest gezielt gepullt und addet die nicht aus versehen, was dann immer zu Chaos führt. Und jetzt geht es die Stockwerke nach oben. Die Pad müsste jetzt gleich uns entgegenkommen. da ist auch schon hier am besten aufheben, weil oben gleich eine Gruppe kommt und für die zwei Mobs brauchen wir es jetzt nicht. Da kann man kurz mal das Target switchen auf jeden die eisige Berührung drauf und dann hat man auch die Agro Jetzt kommt die nächste Gruppe noch und dann geht es schon in Richtung Boss Raum zweiter Boss Die Mages können sich glaube ich dieses Runenschild runter klauen weil das ein Magie Buff ist wenn ich mich recht entsinne dann nehmt ihr halt keinen Schaden und der Gegner nimmt wieder Schaden Ansonsten die Bomben die die platzieren machen jetzt 30 Prozent von so Magier Leben aus es geht wenn es als Einzelschaden quasi dotiert ist das heißt wenn nicht noch zusätzlich Damage irgendwo herkommt diese Spuke die sind echt blöd zum tanken zusammen mit den Tunnel Ghouls muss man aufpassen besonders wegen dieser Frost Flächen das ist die einzige Gefahr hier in der Instanz so Boss Nummer 2 wie gesagt auch den könnte man auslassen indem man hier ganz links einfach den Gang hinauf geht und beim ersten Boss konnte man einfach die Gruppe und den Boss auslassen in den Boss Raum aber wir wollen natürlich mitspielen deswegen wird hier schön drauf gegangen wenn Ads gerufen werden kurz rein bomben dass die Ads schnellstmöglich down gehen um eben möglichst wenig von den Frost Flächen hervor zu rufen so wer wird als erstes sterben in dem Fall glaube ich der Mili der Konstrukteur der kommt dann gleich wieder denkt dran Agro Reset das heißt der Tank muss ihn sich neu holen und jetzt ist auch der zweite Boss gestorben und damit ist dieser Boss Kampf auch gewonnen seht der Loot wieder glaube ich 32 Items kann man gut mitnehmen diese Gruppe ist einfach zu dodgen hier einfach nahe dieser Kante entlang laufen trotzdem als Tank am besten dann mal oben stehen bleiben und warten ob wirklich jeder vorbeigekommen ist nicht dass dann doch noch einer hinten addet und ihr steht quasi schon oben bei der nächsten Gruppe das ist dann unschön so dann geht es nach oben dann haben wir noch eine Gruppe hier im Aufstieg und dann geht es nach draußen zur Freifläche auf den auf dem Balkon kann man sagen der Burg noch zwei drei Trash Gruppen zu machen und dann sind wir schon beim Endboss angelangt die Instanz hier wesentlich angenehmer als Turm Utgard Turm Utgard eher ich glaube eher wegen der Bosse etwas unangenehm die Trash Gruppen gehen dort auch es sind ja auch meistens nur so vier Gegner die auf einen treffen aber dort ist halt der Boss das unangenehme gerade der dritte Boss mit den ganzen Ads die da auf euch warten so jetzt haben wir hier noch zweimal Hund und zweimal Früh cool ihr könnt übrigens wenn ihr Juve seid und die Juve Daily mit dem blutroten Nephrid Amulett bekommt müsst ihr einen Frühkohl töten oder Frühkohls töten und die droppen anders das könnt ihr glaube ich hier auch in diesen beiden Instanzen bekommen das heißt Turm und Burg können euch hier mit dieser Daily Quest versorgen so jetzt kommt noch der Drache mit dem Speerträger und dann noch eine Gruppe bevor es zum Endboss geht hier auch immer versuchen auch den Speerträger oben die Agro zu halten weil der macht mit seinem Speer ordentlich Damage besonders wenn ein DD die Agro hat jetzt hier runter diese letzte Vierer Gruppe noch bezwingen und dann könnt ihr aufmauen und nach vorn reiten oder laufen je nachdem auf was ihr Lust habt ja mit ordentlich Damage fallen die Gruppen sehr schön und dann sollte das ja kein Problem sein diese zu bewältigen Damage regelt alles in WoW das wissen wir schon seit Jahren natürlich muss man immer mal Mechaniken noch mitspielen aber mit mehr und mehr Damage werden die im Endeffekt outgescaled so jetzt hat mir einer Hand des Schutzes gegeben Trolls ja kann ja mal passieren so erste Phase passiert nicht viel Boss aus Raid drehen wegen dieses Zerkrachens hier das macht jetzt kaum Damage aber für die DDs kann es böse enden dann hauen wir ihn einmal um 17.000 für einen Tank hatte ich noch eine Absorption drauf das heißt so ein DD wäre quasi One Shot und jetzt kommt er gleich noch mal wieder hinter die Säule gehen wegen des AOE wegen dieses Schreis den er macht dass er nicht Schaden nehmt und gesilenced werdet und jetzt heißt es den Boss gleich noch mal bezwingen in seiner untoten Form jetzt macht er das Gebrüll zack und los geht's 700.000 Lebenspunkte hat er jetzt noch mal aber ihr seht wie schnell der runter geht hier werden im Sekundentakt einige Prozent seines Lebens ähm nach unten gehauen das Zerkrachen haut jetzt auch AOE Schaden rein die Axt da raus ziehen der Vorteil ist es ist halt nur ein Mob das bedeutet ihr habt kaum das Problem mit den Eisflächen ja und das war's mit der Burg Utgard auf dem heroischen Schwierigkeitsgrad Gamma Triple Plus ich hoffe euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wenn wir uns die nächste Instanz ansehen werden bis zum nächsten Mal ciao